hallo meine lieben hier ist alexandra von pinsel schere und co aus hamburg ja heute starte ich mal eine neue reihe let's make a card das ist eine etwas andere art der der videos die ihr von mir kennt aber wir basteln halt karten wie der name schon sagt und wir fangen heute an passend zum thema am stempel mittwoch im april mit einer muttertags karte ihr habt jetzt schon gesehen die vorbereitung natürlich der zuschnitt der karte ich blende euch alle maße alle verwendeten materialien in der infobox ein also wie gesagt ein auf schiefergrau ist die basis unserer karte in den maßen acht ein viertel mal fünf dreiviertel gefaltet bei vier ein achtel dann habe ich einen streifen in flüster weiß den seht ihr hier gerade ausgeschnitten der muss mindestens breit sein ein viertel inch zentimetermaße seht ihr in der infobox und ein bisschen länger als eure karte und dann arbeiten wir mit dem kreativ set blüten der liebe aus dem frühling sommer katalog das ist viel zu kurz gekommen bisher dieses set ich fand das total schön gerade weil ich auch so ein rosenrot liebhaber bin und aus diesem set suche ich mir dann halt die teile aus dieses goldene herz und die büroklammer mit der schleife stand es mir jetzt noch ein etwas größeres herz aus mit den framelits aus der mini leckereintüte dieses größere herz das ist etwas größer als unsere hand stanze finde ich ist aber perfekt jetzt gerade für diese karte von der größe her die big shot klar das gehört dazu die ist ein basic ohne big shot kann ich gar nicht mehr basteln und jetzt seht ihr wie so eine karte entsteht ich arrangiere einfach die teile nehme mir dann noch das set blüten der liebe dazu weil das einfach klar es gehört ins gleiche sortiment das kreativ set blüten der liebe hier rosenrot wiederholen wir und anthrazit grau weil schiefer grau zu schwach wäre für den stempel abdruck finde ich jedenfalls und jetzt stempeln wir uns dieses banner aus dem set blüten der liebe einmal in rosenrot erflüster weißen farbkarton auf und ich habe mich für den spruch von herzen entschieden der ist so schön alltagstauglich auch für die mutter der wird da noch reingesetzt bei den klarsicht stempeln könnt ihr super durchgucken und das positionieren ist damit ganz einfach das wird jetzt auch noch mal ausgestanzt und diesen framelit für das banner gibt es in dem framelit set große zahlen ein absolutes basic ich liebe dieses set auch zusammen mit dem stempel set weil diese zahlen einfach eine super schöne größe haben um jubiläen karten zu erstellen oder auch für scrapbooking sie haben einfach eine richtig schöne große größe und das wird jetzt einmal durch die big shot durchgekurbelt wie gesagt ich kann mir bastelprojekte gar nicht mehr ohne die big shot vorstellen und jetzt wird weiter arrangiert gucken wie passt es am besten drauf auf die karte und ja dieses kreativ set ist halt total schön das kleben wir an dieses gold deckchen mit ein bisschen mehr zweckflüssig kleber wenn ihr damit in dosierung noch nicht so ganz klar kommt weil der das bedarf schon ein bisschen handling dann nehmt einfach ein snail und geht rüber ansonsten drückt es sich ihr seht sogar bei mir dass es sich ein bisschen durchdrückt durch und das sieht dann nicht ganz so schön aus jetzt kommt ja hier natürlich noch die banderole rüber mit den herzchen da bringe ich nur ein bisschen kleber an den langen seiten auf gar nicht zwischen den herzen und positioniere so dass es links und rechts am randen ganz guten abschluss kriegt einfach drüber über dieses goldene herz dadurch entsteht ein interessanter lagen look ist einfach schöner als wenn ihr erst diesen streifen klebt und dann das herz da drauf ich finde so wird es ein bisschen interessanter die überstände werden abgeschnitten na klar was sollen die da auch weiter dran kleben und jetzt werden die restlichen teile arrangiert einfach mit ein paar erstmal die klammer an das herz anstecken ich habe die das kürzere teil nach vorne genommen und den längeren teil der büroklammer nach hinten gesetzt und das damit es ein bisschen erhaben ist klebe ich dieses arrangement dieses embellishment klebe ich mit stampin dimensionals auf die karte dann kriegt es halt einen kleinen 3d effekt ist auch mal ganz nett drei stück ruhig hinten drauf dann hält es gut und ist auch schön flächig da wackelt dann nichts und ja ein bisschen versetzt zum goldenen herz nicht einfach nur so platter drauf sondern einfach ein bisschen versetzt das macht fürs auge ganz interessant ja schön gucken dass es auch gerade ist und gut positioniert ist und jetzt fehlt nur noch das banner das bekommt links und rechts zwei kleinere teile von von den stampin dimensionals ein ganzes passt nicht hin einfach links und rechts ran dann hat es die gleiche höhe wie das herz in kirschblüte und das wird da einfach drüber gesetzt und schon habt ihr eure karten vorderseite fertig fehlt natürlich noch eine karten innenseite weil so wäre es ein bisschen nackerlich und auch die zeige ich euch wie ich sie gemacht habe ich habe einfach aus flüsterweißen farbkarton ein stück ausgeschnitten in den maßen 5 1 halb insch mal 3 7 8 jetzt musste ich ganz kurz überlegen und da stempeln wir jetzt als erstes mit kirschblüte da haben wir ja vorne auch schon den farbkarton für das herz verwendet dieses große herz aus dem set blüten der liebe und das wird einmal abgestempelt damit es nicht ganz so stark ist nicht so kräftig kirschblüte ist ja schon eine schwache farbe aber sie wäre halt finde ich oder nach meinem empfinden trotzdem noch zu stark deswegen hier noch ein ganz zarter hauch ihr seht das ist wirklich nur ganz minimal zu sehen soll auch nicht ins auge springen und dann setze ich einfach ein spruch darüber aus dem set wunderbare worte und zwar danke für eine kindheit voller liebe das ist dann tatsächlich wirklich auf die mutter bezogen zum muttertag passend und das in anthrazit grau da drauf gestempelt schwarz wäre mir der kontrast zu stark gewesen und dann könnt ihr noch euren persönlichen groß an die mutter darunter schreiben und ja das wird jetzt in die karte geklebt und dann ist die karte auch schon fertig und ich hoffe ich konnte euch damit eine kleine inspiration geben diese art videos ist halt nicht sehr lang das kommt euch kommt vielen zugute ich weiß und einfach mal zu gucken wie so eine karte entsteht und ich sag tschüss aus hamburg tschüss